So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. So. Oh, ich will immer noch voll schüttern. Naja, egal. Äh, wo bin ich gerade? Ähm. Naja, da gibt es ein paar Häuser oder Schuppen. Das ist auch nicht schon wieder hier im Irrbuch. Da gibt es eine Straße, hier links, da gibt es ein Dorf. Ja. 10 zu 1, da war ich vorhin. Ja. Hm. Äh. Eine Waffe? Ne, keine. Ne, hier, wo ich bin, äh, in der Leck, in der Nähe von einer Schacht, glaube ich. Mal voll schätzt im Spiel mal aus. Wo bin ich, äh, hier zu der Lordship, oder Hause? Oh. Ja, kein Rutsch, ich, äh, ich kann leider nicht, kein Rutsch. Ähm. Okay, ich hab' schon volles Server aus, dazu war ich, äh, war lustig. Einfach nur mal lustig, ich muss ein, zwei Runden mal spielen. Ich bin aber ernst. Oh, der, äh, einer, einer, einer Spieler mich, äh, ich blute jetzt schon. Ja, nein, ich, ich war zu, ich war zu, ich war zu, äh, dann. Das war mal lustig. Normalerweise. Messer. Im Eternium. Messer. Sonst braucht man eigentlich normale was. Birna. So. So. Was zu essen und Nut finden ist etwas schwierig, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, Essen zu bekommen. Beispiel Felder anbauen, Tiere, Fischen, Jagen. Und hier oben immer noch, ja. Nichts für eine Nacht. Und, äh, Schub, hab, 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 glaub ich. Und so ist er eigentlich, die sie, voll verbrannt. Das ist typisch der Sie. Wasser, Verlosche. Nein. Aus, äh, auszulernen. Auskippern, das Wasser. Wie kann man das Wasser auskippern? Was ist hier von... Ah, hier. So. Verbrannt, Meister. So, nur noch eine vorne. Die Wasserflasche auffüllen. Taschenlampe, ja. Nehme ich mal mit. Ich, äh, Fall, äh, in der Nacht. Ich, äh, ziemlich tun, äh, Schüsse. Aber weiter weg. Äh, in der Nähe von Polizei, ich, in dem Wald, das ist die Polizei, glaub ich, ja. Ja. Da steht auch irgendwo in eine... Verbrannt. Ja, bis jetzt bleibt es gut. Was soll ich, äh, äh, finde Waffen und alles. Das hat ein Spieler gebaut. Ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Das bitte ich, naß, halb sich hier wenig Minuten bei einer. Und hier ist das Zug gebaut, stimmt ja. Das war mal eine Base, eine kleine Spielerbasis. Und eine Hütte. Ja, das alles hat ein Spieler gebaut. Ein Fendley? ich hab's so i'm friendly okay ich immer hin mit ich brauche was zuerst und was ich will ich habe gta noch gespielt vor der aufnahme bevor der letzte aufnahme geht ja und spartenspiel welche zahlen müssen noch in gt spieler auch so was tun und wie kann das nur so so Oh, 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 wow. Ich bin ohnmächtlich, aber bin noch nicht tot. Ich bin ohnmächtlich, aber ich bin ohnmächtlich. Sch-schon wieder um, mein Sch-sch-lisch. Ich muss, ehrlich, ich muss hauswählen wie viel kann man stürzen Sachen wegpacken. Okay, ich muss noch viel lernen, kann man das so machen oder geht auch was anderes? Ja, los, werde wach. Oh, ich bin fast tot, kein Blut mehr. Hat was dabei gehabt, zufällig? Okay. 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 Das Sonntier ist, okay, das ist einfach nur das hier, so kann man ausfalten, aber weiß ich nicht wie in der Hand nehmen. Ich fasse alles dabei, aber kein... Ich fasse alles dabei, das ist alles dabei, das ist alles dabei, das ist alles dabei, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, Bahnhof vielleicht finde ich fast. Vielleicht... Nein. Nein. Das ist schon nicht. 4 und 1. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. 20 Minuten habe ich überlegt. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, klein bisschen nachholen, aufnehmen. Mama. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und so hollut habe ich auch nicht aber ich will auch nicht schärfen der ersten mal ich gehe mal hier hin so Poster 2, ja hier Out Poster 2, ja hier Ich glaub komm ich hier, ich weiß gar nicht Ne, komm, die, ey, komm mal Schau mal, ich wollte einen Punkt suchen Und dann nach unten. Aber Essen ist, glaube ich, wichtiger. Wieso hat jemand hier niedergebaut? Heißt, hier muss ihr was Tolles geben, außer Waffen zwischendurch kommunizieren. Und? Und so einer. In der Nähe von Versöger ist frisch immer einer wundern. Und so, in der Nähe von Versöger ist, glaube ich. Oh nie, habe ich gefunden. 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 Schon wieder. Aber nicht schlimm. Was ich hier nicht finde. Immerhin habe ich nur für 100 Menschen. Ich bin hier nicht nur für 100 Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann bin ich tot. Hier ein Wunder passiert. Vielen Dank. Okay, hier ist Telecto glaube ich. Ich weiß, wo ich gerade mich befinde. Wieso kann ich nicht mehr Opa-Klecht haben. Okay. 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 Aber das war es auch für diese Folge. Lasst auch keine Daumen nach oben, Daumen nach oben nicht vergessen. Ihr könnt gerne mir Tipps einschreiben und mich dann. Tschüss.